Jens Hasselbecher, AXA Konzern AG, Mitglied des Vorstandes. Konkret trage ich dazu bei, indem wir unsere Personalvertriebe, die Agenturvertriebe in eine digitale Welt überführen. Das heißt, wir haben heute für unsere Agenturen eigene Facebook-Homepages beispielsweise. Wir haben Premium-Homepages, wo die Kunden ihre Services drüber abwickeln können. Wir versuchen mit digitalen Vertriebskanälen von zentraler Seite aus dem Direktvertrieb die Agenturen zu unterstützen. Das ist ein ganz spannender Punkt und meine persönliche Aufgabe ist es, die Transformation hinzubekommen und alle mitzunehmen, während sich die Kunden verändern, die Technologie verändert.